Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rock'n'League mit dem Marcelo und dem Pierre. Jo. Hallo. Wenn ich am Riefer vielleicht irgendwie ein paar Sekunden später los als die noch mal. Was? Oh shit. Ja, nein. Wir haben beide eben die Beine stehen geblieben, ich hätte bloß geblieben. Profi, Profi, Semi, Profi, okay, jetzt haben wir kein Veteran, wie im letzten Game. Wow, es ist jetzt... Naja, wow, es ist schon irgendwie etwas, ja. What the fuck, gerade hätte ich bei mir so noch vorne geleckt. Oh, alter, hätte ich bei mir gerade irgendwie vollkommen ist bei mir. Ich bin bei mir los, alter. War ich alles normal? Leute? Ja. Bei mir nicht. Alter. Immer noch. Ich war auch selber so abgehackt. Nicht weit so... Ja, natürlich, einfach voll keine Power. Ja, Junge, das ist voll die Welt bei mir, was ist los bei mir? Ja gut, lad, ich bin gerade noch hoch, ja gut, das tut. Aber hör mich vorher auch, und da war alles safe. Alter. Woher wohl? Was war denn? 68er, Pink. 80er. Mann, ey, dann 80er, ich hab' ne 52er bei mir. Mann. Mann. Und, wenigstens, da fängst du auch nicht dran. Ja, weil... Ja, jetzt aber nicht mehr. Das war doch... Ich hab' doch bei ihm gerade auch alles. Super. Boah, genau so hoch bin ich jetzt. Dann hab' ich nicht reingetroffen. Ey, jetzt wird's nicht da krass. Ne, 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 meine Freunde. Fuck. Du hast ihn beinahe, beinahe behindert. Den Thomas. Ich hab' nicht mehr so weit wegzukommen. Oh, fick dich, du Gegner. Ich hab' nicht mehr so weit wegzukommen. Oh, fick dich, du Gegner. Ich hab' nicht mehr so weit wegzukommen. Ich hab' nicht mehr so weit wegzukommen. Mann, aber... Das sah mal witzig aus. Das sah mal witzig aus. Fuck. Das ist geil. Beste. Oh, ja. Nice. What the fuck, Alter. Ja, halt sind wir... Alter, die Schwarzschutz. Fick deine... Was ist bei mir los, Alter? Kein Wurst. Ja, komm, es muss sogar... ...me Slan, Slan, Alter. Nice. Ich seh' gar nichts mehr. Alles von Fiegt sich nie. Ja, gar nichts. Was war die Scheiße? Nein! Ah, schade. Ja. Also ich seh' alles ein paar Sekunden zu tun. Nichts auf. Hälst fest. Oh, nice. Alter. Ja, halt. So, so, so hoch ist dein Ping gar nicht. Der hat nach 40er sind los. Ja, und was ihm leckt, Alex? Das wär' schlimmer, wenn er blassen würde. Was er schlimm. Also, jederseits. Ja. Fuck, Mann! Oh, Fick dich! Komm, Alex, jawoll! Ja, wohl, Alex, den blicken! Ich hab' mit Lex! Tor gemacht! Easy, Alter! Trink den Test immer noch, oder was? Jetzt kann ich... Jetzt kann doch nicht sein, dass ich wegen dem Price Updor... ...dass schon die ganze Aufnahme läuft. Jetzt lässt du nur bis hin. Mega, Alter! Gay! Jetzt mal. Yo, nice. Ich muss mit Lex steuern. Nice, cool. Fässer bei mir nicht mehr so... Ganz flüssig. Oh, fuck! Stink. Guck! Ach, schade. Komm, Alex! Ja, genau! Der hat mich weggepumpt. Der hat mich weggepumpt. Der hat mich weggepumpt. Hört da jemand hin? Ja, ist klar. Nein! Penis! So, der hat dagegen geschossen. Ich bin erster mit dem Lex, was Lust bei euch läuft. er hat genau genau von mir meint sich so dass sie und so weiter war ein tolles Jahr der Führer brett ist die Köln von den Kommandanten ich habe mal erst im Leben ich bin zu start die Schaum ist die Mutter die Arne was alle drei gestört alle drei gestört wir wurden alle drei zerstört was will der Wix an? das waren drei verschiedene Juckt mich nicht dann sind es alles zwei Huren Söhne und nun mal ich habe alle kommen mit knapp vor allem das ist auch immer es gibt das wollte ich und es kann kommen kann man nicht losen das ist ein Zeichen Absicht Prozent da war die Möglichkeit fahrze das schweiz ist bei der links du lecker er ist mir aber die Karte der Ping ist gar nicht so hoch man ja auch mal ein next round und Alex Wieso ja Alex immer noch alter was soll die Scheiße Boah schade haha ja auch halt nein Auto ich lebe nicht live was machst du denn ich wollte zurückfahren da hab ich mein Auto auf zwei Reifen gefahren also ich bin mal ganz gut stehen ich bin irgendwie mal kurz das wollte ich gar nicht so ein Opfer ey ich weiß ja und deines und ich mein Penis ja im Aufschuss ja sieht's aus jetzt haben wir wieder so die die Neu die wenn auch das ist nicht nur ein paar Eizboden mein Penis und im Falle von Kitterbein fichtlichen Trinkgelickser Hombust klauen und mit es gibt gar nichts mehr er wird jeweils mit ihnen nun auf den Aufstand stand kopf Warum? Ja ne Ahnung, ich bin an die Kante gekommen beim Zurückfahren und dann haben wir auch nochmal zwei Räder gefahren. Darum. Komm Alex. Fuck. Gelobt. Bus eingesammelt. Ach komm ey. Verdammt. Die haben sich mit ihrer Behinderung. Scheiß ab. Haben sie fast nur den Ball aufs Tor gekriegt ey. Du Fickse. Alter was für Paraden man. Hast Lust bei denen. Ach komm. Du Pasta. Oh. Der spielt den wirklich direkt perfekt an mir vorbei. Vor allem ihr müsst ihr in einer Sekunde bevor du da bist. Naja. Okay. Ist doch schon ein bisschen für zwei Sekunden also. Jaja ja. Das ist wieder so voll. Das ist ja nicht gern. Oh. Der kam auf uns auf dem Seite. Das ist natürlich nicht auf unserer. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Jetzt aber. Oh shit. Oh shit. Ach. Jetzt verpressen wir jetzt. Ja wieder. Versuchen zu viel. Alter. So geht das. Wieder. Komm bitte. Nein. Alle 5 hat er so reingejumpt ey. Ja. Wow. Boah. Wollte ich es unbedingt vorher haben. Hat nicht funktioniert. nicht. Ob das nicht. Ich habe immer nur eine Anwohner den Ball direkt kurz voll starb in den Ball zu treffen. Ja. Ja. Mach doch ein Tor. Mach doch ein Tor. Mach ich aber. Ja. Ich bin jetzt richtig abgehoben. Sorry. Will. Hönig. Ich hab immer den Ball wirklich mit 20 Punkten vorher. Richtig. Ja, nice! Nice gewertet! Alles spielt in Ordnung, kannst du mit der Vorlieferung! Im Zweifel ist keiner da! Jawoll! Ich bin auch schon hinterher gefasst, aber nicht bei den I, bei denen man weiß, ob die Sorgen nur hinterher kommt, nur schwul! Hätt mich nicht gewundert, wenn ihr den da rausgeholt habt! Oh, bitte! Mist gewohnt, Alter! Die Sprachstil ist auch ungeweilt! Oh, nice! Oh, ne, der geht rein, oder? Nein! Nice! Der eine noch weggehauen! Aber der Nacht ist es ganz schön! Ist der nicht! Ja, okay! Schade! Oh, schade! Ja, mach der jetzt nicht frei! Ich bin bei 26, ich bin bei 26! Nice! Ich bin bei 34, Alter! Ich bin bei 57! Ich bin bei 53, Alter! Ciao, M24.